Laut einer Studie der ING aus dem Jahr 2019 hat Deutschland in Europa den zweithöchsten Anteil an Menschen ohne Ersparnisse. Fast ein Drittel der Befragten gab an, dass sie über keinerlei Ersparnisse verfügen. Nur ein Land in Europa schneidet schlechter ab. Und das ist Rumänien. Grund also, dir bei Geldrat 5 Tricks zu zeigen, mit denen du viel Geld ansparen kannst. Und zwar schnell. Und das ohne das Gefühl, auf etwas zu verzichten. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran. Neben den 5 wirklich hilfreichen Spartipps gebe ich dir zum Schluss noch einen wichtigen Tipp, wie du mehr Geld verdienen kannst. Wenn dir das Video gefällt, dann klick doch den Daumen hoch. Ich würde mich sehr freuen. Für mehr Videos zum Thema Geld, abonniere den Kanal und klicke die Glocke. So verpasst du kein Video mehr. Nummer 1. Wenn du etwas kaufen willst, kaufe es morgen. Hier geht es einfach darum, deine Impulskäufe zu reduzieren. Denk einmal darüber nach. Wie oft kaufst du etwas, weil du es in dem Moment toll findest, es aber nach einer Woche schon uninteressant ist? Viele Studien haben bewiesen, dass der Körper beim Shopping das Glückshormon Dopamin ausschüttet. Dabei wird der größte Teil des Dopamins bereits bei der Erwartung des Kaufs ausgeschüttet und nach dem Kauf flacht die Kurve bereits wieder stark ab. Für den Glücksmoment ist der Kauf nicht wichtig. Du kannst also nahezu den gleichen Effekt nur vom Schaufensterbummeln erreichen. Und das kann dir jede Menge Geld sparen. Wann immer du etwas kaufen möchtest, schlaf eine Nacht drüber. Und wenn du es dann noch immer wirklich möchtest, dann kauf es. Du wirst sehr oft feststellen, dass der Wunsch am nächsten Tag nicht mehr da ist. Dann kannst du dich über das gesparte Geld freuen. Nummer 2. Frag dich, ob du lieber die Hose, das Handy oder den Gegenwert in Geld hättest. Sehr oft vergisst man, was etwas, das wir kaufen möchten, wirklich kostet. Oder anders, was der reale Wert für uns ist. Wann immer du also etwas kaufen möchtest, stell dir vor, dass dich jemand fragt, möchtest du XYZ oder lieber den Kaufpreis in bar? Wenn du in dem Moment lieber das Bargeld möchtest, dann ist die Sache klar. Kauf es nicht und spare das Geld. Nach einer Weile wird dieser Gedanke zur Gewohnheit und dein Unterbewusstsein hilft dir, diese Entscheidungen noch schneller für dich zu treffen. Deine Prioritäten verschieben sich vom Geldausgeben zum Geldsparen. Überleg einmal, wie viele Dinge du zu Hause hast, die du gerne zurückgeben oder dafür lieber dein Geld zurück hättest. Oder berechne einmal, was dich das Benutzen gekostet hat. Dividiere dazu einmal den Preis durch die Häufigkeit, in der du etwas Gekauftes genutzt hast. Wenn du also 150 Euro Schuhe gekauft hast, die du dreimal getragen hast, dann hat dich jedes Tragen 50 Euro gekostet. Das kann dir auch helfen, wenn du dabei bist, etwas Ähnliches an Neu zu kaufen. Rechne nach, was es dich beim letzten Mal gekostet hat. Nummer 3 Rechne nach, wie viele Arbeitsstunden es dich kostet. Vorausgesetzt, dass du nicht dein gesamtes Geld aus passiven Einkommensquellen beziehst, kannst du jedem Preis deinen Stundenlohn entgegensetzen. Wenn du also auf 20 Euro netto in der Stunde kommst, dann kostet es dich 5 Stunden Arbeit, um die 100 Euro Sneaker zu kaufen. Überleg dir also gut, ob sie dir das wert sind. Denk bei jedem Kauf darüber nach, ob es dir wert ist, x Stunden dafür zu arbeiten. Diesen Gedanken kannst du sogar noch erweitern. Jeder von uns hat nur eine begrenzte Lebenszeit zur Verfügung. Denk also zusätzlich darüber nach, ob du bereit bist, x Stunden Lebenszeit dafür zu opfern. So ist es viel leichter, etwas nicht zu kaufen, als mehrere Stunden dafür aufzubringen, es sich zu leisten. 4. Spare deine Ersparnisse Überweise jedes Mal den Betrag auf dein Sparkonto, den du aufgrund deines neuen Kaufverhaltens gespart hast. Auf diese Weise belohnst du dich selbst und kannst die Ergebnisse sehen, die deine neue Art mit Geld umzugehen mit sich bringt. Mach das auch nicht nur, wenn du etwas nicht kaufst, sondern spare ruhig auch Differenzen. Wenn du also statt den Markenjeans, die du sonst gekauft hättest, eine günstigere kaufst oder auf den Saisonausverkauf wartest, überweise dir die Differenz. So hast du unmittelbar und jedes Mal eine Belohnung für die Ersparnungen, die du machst. Du wirst überrascht sein, wie viel Geld sich dabei in einem Jahr ansparen wird. 5. Denk auch an den zukünftigen Wert des gesparten Geldes Auch das kann helfen. Überlege dir, was 100 Euro für die neue Jeans in der Zukunft wert wären, wenn du sie heute anlegen würdest. Laut Börse.de liegt die durchschnittliche Gesamtrendite inklusive wieder angelegter Dividendenausschüttungen in den Aktienmärkten über einen längeren Zeitraum bei 9%. Gehen wir also nach Abzug von Inflationen und Ordergebühren von 7% jährlich aus, dann sind deine 100 Euro in 30 Jahren 761,23 Euro wert. Denk also darüber nach. Ist die neue Jeans, die du eventuell nicht wirklich brauchst, tatsächlich 760 Euro wert? Wahrscheinlich nicht. Dann kaufe sie eben auch nicht. Und das kannst du auf alles anwenden. Auch auf kleinere Ausgaben, wie zum Beispiel einen mittleren Starbucks-Cappuccino für 4,35 Euro. Der hat dich in zukünftigen Geld dann gut 33 Euro gekostet. So schmeckt er nicht ganz so gut, oder? Ein selbstgemachter Cappuccino kostet nur einen Bruchteil davon. Denk also immer darüber nach, ob der Wert, den du aus deiner Ausgabe jetzt hast, so hoch ist wie der zukünftige Wert deines Geldes, wenn du ihn investiert hättest. Was aber bei allen Spartipps wichtig ist, vergiss nicht deine Lebensqualität. Mach auf jeden Fall Kompromisse. Die 5 Tipps und Tricks zum Geld sparen werden dir sicher helfen. Damit hast du weniger das Gefühl, auf etwas zu verzichten und kannst das Leben mit weniger Konsum genießen. So kannst du in relativ kurzer Zeit ziemlich viel Geld sparen und dieses Gefühl kann dir sehr viel Sicherheit geben. Du wirst überrascht sein, wie viel Geld du mit diesen Geldspartipps sparen kannst. Sie haben das Potenzial, wirklich sehr viel Geld anzusparen. Und das schon fast, ohne dass du es merkst. Du musst nur dranbleiben. Wenn du diese Spartipps bereits befolgst und trotzdem deine Sparziele nicht erreichst, dann hilft nur noch eins. Verdiene mehr Geld. Ein einfacher Nebenjob, bei dem du pro Stunde bezahlt wirst, ist hier aber nicht unbedingt die beste Wahl. Solche Jobs sind üblicherweise schlecht bezahlt. Außerdem hast du ja nicht unbegrenzt Zeit pro Tag zur Verfügung. Lerne Fähigkeiten, mit denen du Geld verdienen kannst, bei denen du nach Ergebnissen bezahlt wirst und nicht auf Stundenbasis. Lerne zum Beispiel zu verkaufen oder lerne Affiliate Marketing. Gerade online gibt es so viele Möglichkeiten, dein Einkommen von deiner investierten Arbeitszeit zu entkoppeln. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann abonniere diesen Kanal und klicke die Glocke. So verpasst du kein Video mehr. Auf diesem Kanal geht es um die Themen Geld verdienen, Geld sparen und Geld investieren. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann klick den Like-Button. Welche Tricks und Tipps zum Geld sparen nutzt du? Schreib es in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.